Das Heiden so gut nennt. Mach Intro, Heide. Ich schätze, was hast du davon gesagt? Artikel, Alter, und das doch vor der Präsentation am Sonntag. Ich hab hier einen. Glaubst du das, dass ich so auch sehe? Ich hab hier einen. Was will Mutter Natur mir sagen? Ich hab schon desinfiziert, ich hab alles drauf gemacht. Ist voll der Alien. So, jetzt nochmal Intro. Wunderschönen guten Abend alle zusammen zu unserem Podcast. Heute mit dem Thema Motivation, Errigation, Motivation. Hey ho, let's go. Genau, aber erstmal nehmen wir hier gemeinsam einen schönen Schluck aus unserem Tesschen. Ich hab mein Espresso genehmigt. Stößchen, Kinas. Jenny hat einen Dekaf, einen entprofinierten Koffi. Also, Motivation springt alles. Motivation, Disziplin ist hier für mich, geht einher. Weil ohne Disziplin brauchst du, also nee, nicht, dass ich mich jetzt hier durcheinander bringe. Disziplin schlägt immer Motivation, weil die Disziplin dich am Ball bleiben lässt. Und Motivation kann, wie die Aktienkurse stagnieren, fluktuieren, mal hoch, mal niedrig sein. Du kannst mal schlecht geschlafen haben und schlecht aufgestanden sein und dann richtig demotiviert in den Tag starten. Oder so wie ich hier gerade reingucken, mit einem riesen Pickel an der Stirn. Genau, aber wie siehst du die ganze Sache, hast du da schon irgendwie was vorbereitet eventuell? Ja, also ich sag mal so, Motivation. Also generell sollte man Dinge tun, die einem von selbst eine hohe Motivation bringen, also Dinge, die einem Spaß machen. Aber im Leben macht halt nicht immer alles Spaß. Also klar, man sollte sich seiner Bestimmung oder seiner Gabe widmen am besten und das tun, was einem Spaß macht. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja so Dinge, wo man sich dazu zwingen, also ich will nicht sagen zwingen, aber doch zum Beispiel manche Menschen, die machen hochmotiviert Sport, finden das total geil. Und andere Menschen, so wie ich, die finden das total ungeil und müssen sich dafür motivieren. Oder zum Beispiel, ja das ist ja so ein Thema, klar ich muss jetzt keinen Sport machen, aber Bewegung ist halt schon auch gesund. Gestern musste ich mich für zum Wäsche bügeln motivieren, aber ganz massiv motivieren. Zum Beispiel Hausarbeit, muss man sich motivieren. Oder manchmal ist es auch die Ernährung, wo man sich motivieren muss. Die einen müssen sich zum Essen motivieren, die anderen müssen sich zum Nicht-Essen motivieren oder eben zum gesunden Essen. Also es gibt ja verschiedene Dinge, wo man sich motivieren sollte, ja ich soll ja nicht muss sagen, also sollte. Muss ist schrecklich. Ich bin in der Hoffnung, dass jeder einen Job macht, der einem Spaß macht, wo man wirklich jeden Tag eine Selbstmotivation hat hinzugehen. Das ist natürlich das A und O, weil damit verbringt man im Prinzip die meiste Zeit. Aber ich bin der Meinung, klar man kann sich durch sein Umfeld definitiv motivieren und mitreißen lassen. Also wenn man ein positives Umfeld hat, das ehrgeizig ist, viel macht und motiviert ist, dann ist man natürlich selber auch angetrieben, definitiv mehr zu tun, wie man machen würde, wenn man ein demotiviertes Umfeld hat, was nur Couch-Potato-mäßig auf der Couch sitzt. Aber man kann natürlich auch diverse Tools nutzen, um sich zu motivieren, an diversen Seminaren teilnehmen, Bücher lesen, Podcasts hören, wie zum Beispiel diesen hier oder verschiedene Filme schauen. Zum Beispiel Rocky ist so ein klassischer Motivationsfilm, wo ich jetzt so kenne oder auch motivierende Musik, Eye of the Tiger oder sowas hören, dass man da motiviert ist. Aber was man auf jeden Fall sagen muss ist, Motivation muss immer von innen kommen. Also du musst dich immer selbst motivieren. Weil ich erlebe oft Menschen, die erwarten, also die haben eine Erwartungshaltung, dass sie von ihrem Umfeld motiviert werden und gepusht werden. Und wie gesagt, also natürlich ist es unterstützend, wenn man so ein Umfeld hat, aber du wirst eben, wie sagt man, den Hund nicht zum Jagen tragen oder wie heißt der Spruch? Also jemand, der absolut demotiviert ist, den bekommt man selbst als hochmotivierten Mensch auch nicht dazu motiviert, sage ich mal, Bestleistung zu bringen. Diese Motivation muss immer von innen kommen und ich denke, das ist das Erste, was du akzeptieren musst, dass du deine Motivation bei dir selber anfängst und nichts mit deinem, sage ich mal, also nichts mit deinem Umfeld in dem Sinne zu tun hat, wenn du meinst, dass dein Umfeld dich demotiviert, dann trenne dich von deinem Umfeld. Aber wenn du ein richtiges Umfeld hast, was dynamisch und agil ist und du selber trotzdem noch nicht richtig in deinen vollen Saft stehst, nenne ich es mal, dann kommt es einfach davon, dass du dich selber nicht genug motivierst, weil du kannst es nicht von anderen erwarten. Darf ich jetzt was dazu sagen? Jo. Wo fangen wir an? Also ich hätte noch einen Spruch, nicht den Hund zum Jagen, sondern du kannst das Pferd an die Tränke führen, aber saufen muss er selbst. Motivation. Oder man macht einen Ackergaul, der zum Rennen fährt. Auch, ja. Aber ich glaube, das ist auch der falsche Spruch, weil, ich sage mal so, der Ackergaul ist ja für seine Tätigkeit auch der richtige. Also das Rennpferd würde ja auch als Ackergaul scheitern, weil es einfach rennen muss, weil es sich bewegen muss. Der Ackergaul, keine Ahnung, damit tituliert man wahrscheinlich meistens ein Pferd, das gerne auf dem Acker steht und grast. Und dort seine Tätigkeiten macht, der ist ja dann auch da genau richtig. Also ich denke nicht, dass man für nichts richtig ist. Ich denke, jeder hat irgendwo ein Thema, für das er brennt, für das er bestimmt ist. Aber jeder muss für sich eben finden, welches dieses Thema ist und kann sich nicht zwingen, irgendetwas zu tun, beziehungsweise Bestleistungen in was zu bringen, was ihm gar nicht liegt. Oder? Ja, das ist halt eben oft so, dieses Thema, auch bei Kids, bei Kleinkindern und sowas, den Hausarbeiten näher zu bringen. Sorgfalt im Haushalt oder auch Sorgfalt mit den Schulunterlagen, Sorgfalt, die Hausaufgaben zu erledigen. Deswegen muss man halt eben immer gucken, Sinn zu stiften. Ja, Sinn stiften, dann läuft, also klar, wir müssen uns auch jeden Tag motivieren. Vor allem auch bei der Aktion heute, was mir da passiert ist. Da habe ich mich die letzten zwei Stunden hoch motivieren müssen, um etwas machen zu können und eine Klausur zu schreiben, die ich für, also das darf man eigentlich ja nicht erzählen, aber jetzt, wir sind ja unter uns hier. Ich habe vergessen, dass ich heute eine Klausur habe in Soziologie. Und da war halt eben viel los die Woche mit der Pflege vom Opa und Co. Da hatten wir echt, sagen wir mal, Oberkante-Unterlippe-mäßig, da waren wir unterwegs und echt vollgepackt und demnächst müssen wir eh wieder los und rüber nochmal gucken. Aber ich habe es echt verdattelt, dass ich heute um 17 Uhr eine Klausur habe oder hatte, wie dem auch sei. Ich habe mich auch nicht vorbereitet, glaube ich. Ich habe einfach nur meine Übungen gemacht, die Wochen davor ganz normal, hier die Vorlesungsunterlagen, Skripte und Online-Übungen gemacht, so einfach nur ein bisschen geplätschert. Aber die Motivation hat dann doch einiges rausgerissen. Ich hoffe, dass es gereicht hat. Ich denke, dass es gereicht hat. Ja, also nochmal vier gewinnt ist hier die Devise. Ich wollte hier ja auch keine Eins schreiben oder so, das war nie der Anspruch. Wobei natürlich auch Motivation, Disziplin und Motivation, eine Eins zu schreiben, vielleicht auch was damit zu tun hat. Aber da muss ich jetzt einfach mal in den sauren Apfel beißen, das Beste draus machen, weil das waren 160 Seiten Skripte plus minus und so viele Unterkapitel und Überkapitel, was weiß ich nicht. Da kannst du eigentlich alles gar nicht wissen. Da musst du so ein bisschen auch Verlust lernen und dir was reinpauken und eine Musterklausur mal durchlesen und nochmal die Online-Übungen durchmachen, wo du geprüft wirst für die Überprüfungszulassung. Ja, also. Aber natürlich habe ich zum Thema Motivation wieder ein paar Top-Tipps mitgebracht. Ich weiß, sie verdreht schon wieder die Augen. Die bete ich jetzt einfach mal so ein bisschen runter. Das können wir immer noch ein bisschen ergänzen, weil ich finde, das ist immer ein gutes Tool, nochmal drüber zu sprechen, das nochmal zu reflektieren, was man vielleicht auch bei einem selbst schon so erkannt hat oder vielleicht auch Verwässerungsbedarf sieht. Setze klare Ziele. Also Zielsetzung ist das A und O. Definiere konkrete und erreichbare Ziele. Ziele, wenn du weißt, was du erreichen möchtest, hast du einen klaren Flug. Was lese ich hier vor? Einen klaren Fokus. Yes, das ist Maria. Genau, weil, wie sagt man auch so gerne, für ein Schiff, was den Hafen nicht weiß oder kennt, ist jeder Wind der Richtige. Deswegen, du musst wissen, wo du musst, die willst. Natürlich kannst du auch, ganz ehrlich, es gibt so viele Beispiele da draußen, ja, auch wo ich damals hier im Einzelhandel gearbeitet habe und jetzt die Personen hier manchmal noch irgendwo rumlaufen und sehe, die sich so ein bisschen daneben benommen haben. Die sind immer noch da, wo ich damals, vor zehn Jahren oder wie lange ich da war im Einzelhandel, die sind immer noch am selben Punkt noch abgefuckt. Weil, irgendwann zählt es halt eben nicht mehr, dass du aufgefangen wirst von irgendjemandem, meiner Meinung nach. Klar, es kann immer was aus der Bahn laufen. Also, ganz klar kann es nicht immer Herr oder die Herren da in der eigenen Lage sein, wenn das, ich sage nicht übernatürlich, aber etwas passiert, was du selber so nicht kontrollieren kannst. Aber am selben Punkt zu sein, wie vor zehn Jahren, finde ich für mich persönlich nicht gut. Ja, aber für viele Menschen ist es halt so, dass sie halt nicht höher, weiter, schneller wollen. Ja, aber warum ist denn das so? Warum ist es wirklich unser soziales Geflecht, unser Auffangnetz vom Staat? Ich denke, es ist einfach die Komfortzone. Es ist einfach, dass du bist in deinem gewohnten Trott und lieber bist du in einem gewohnten Trott, der schlecht, wo du selber weißt, dass er eigentlich nicht genug ist, weil dein Geld nicht reicht, weil du vielleicht nicht genug Fitness hast, weil du vielleicht ungesund lebst. Ja, aber das ist halt so der gewohnte Trott und es ist halt bequemer, in dem gewohnten Trott zu laufen, wie mal auszubrechen, um mal was komplett anderes zu machen, was natürlich auch wehtun kann erst mal. Ja, und natürlich mit Risiko behaftet ist und mit Ängsten, dass man aber einfach dann dahin kommt, wo man vielleicht mehr seine Erfüllung hat. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist so. Ja, für jeden ist ja auch Motivation was anderes. Du musst eigentlich immer so deinen Drive und deine Motivation finden. Also was ist dein Antrieb? Also was ist dein Warum? Wir hatten es ja vor einigen Podcasts, jetzt hatten wir auch das Thema mit dem Umfeld und was weiß ich, dass du das Produkt deines Umfeld bist und sowas. Aber irgendwann kannst du diese Karte nicht mehr ausspielen. Irgendwann musst du selber halt eben realisieren, du stehst jetzt da gerade im Leben, das hätte passieren können und nicht irgendwann mit 40 Meinen oder sowas, aber mit 50, dann wirklich die Midlife-Crisis zu schieben, er hätte, hätte Fahrradkette. Also deswegen auch hier, visualisiere Erfolg. Ja, aber ich denke, man muss sich wirklich für sich so seinen Motivator, das ist dein Grund für die Motivation in allem rausfinden und ich glaube, dann ist der Eigenantrieb auch einfach größer und die Selbstmotivation einfach größer und es ist für jeden was anderes. Ja, deswegen auch hier der zweite Punkt, der folgende Punkt, visualisiere den Erfolg. Ja, oder nicht nur das Ziel zu setzen, ich habe es auch bei der Birkenbiel wieder neulich, abends, wenn die Jenny dann schon wegpennt, habe ich da so mein eigenes Programm auf YouTube, da höre ich mir noch ein paar schlaue Sachen von der Vera, wie heißt das, von der Frau Birkenbiel an. Vera heißt die. Da hat sie auch gesagt, ja, wenn du dir dein innigstes Ziel nicht 10 Minuten am Stück vorstellen kannst, du machst eine Meditation, legst ein Stuhl hier beispielsweise um oder auf eine Yoga, Mathe, wie auch immer, mach die Augen zu und stell dir erst 10 Minuten vor, du wirst es nicht erreichen. Oder stell dir 8 Minuten vor, diese Übung kennen wir auch aus unserem Doing, wenn du es dir nicht 8 Minuten vorstellen kannst, 10 Minuten vorstellen kannst, wie sich das anfühlt, wie es sein werden kann, wie es sein wird, dann wirst du es nicht erreichen. Deswegen stell dir vor, wie du deine Ziele erreichst und welche Vorteile es mit sich bringt. Visualisieren kann helfen, deine Motivation zu stärken und auch hier dieses Visualisieren und das Manifestieren, das klingt alles nach New Age, da gibt es ja wie viele Reaction-Youtuber da draußen, die sagen, ey, das ist Rotzen, was weiß ich nicht, ey, die sollen mal ihren eigenen Scheiß visualisieren und manifestieren. Also ich muss dazu sagen, also ich bin da geteilter Meinung, wir arbeiten ja mit diesen Tools schon wirklich über Jahre hinweg und man muss dazu sagen, als wir vielleicht damit, also ich meine, ich arbeite mit manchen Dingen wirklich schon seit ich 14 bin und es wurde, also das Thema Visualisieren, das habe ich wirklich schon mit 14 angefangen, kann ich euch auch ein gutes Buch empfehlen. Aber auf jeden Fall, da wurde man ja immer so abgestempelt als so spirituell und ein bisschen Gaga im Kopf und was ein Quatsch und so weiter. Ich meine, ich finde es ja jetzt gut, dass Worte wie Achtsamkeit, Dankbarkeit, Manifestieren, es ist ja nur ein anderes Wort für Visualisieren, Manifestieren, dass das jetzt, sage ich mal, mehr in aller Munde ist, finde ich schon gut. Aber jetzt hat es halt wieder so einen negativen Touch, weil irgendwie jeder auf diesen Gaul aufspringt und im Prinzip nicht so wirklich Ahnung davon hat, ne. Weil ich sage mal so, die Erfahrung, die wir mitbringen, das ist ja von zig Literaturen über wirklich Kurse, über Fachleute, die uns da irgendwo geschult haben. Also in meinem Fall jetzt kann ich das auf jeden Fall sagen. Und ja, also wie gesagt, es ist aber trotzdem gut, finde ich, dass darüber gesprochen wird. Aber es ist natürlich wieder negativ, dass da so ein Hype draus gemacht wird und manche das dann halt nicht so für voll nehmen. Ja, und warum kann man jetzt auch wieder mutmaßen, warum nehmen sie es nicht für voll, weil sie es nicht daran glauben, weil es nicht in ihr eigenes Gedanken, in die eigene Gedankenwelt passt, weil sie vielleicht mega rational unterwegs sind, mega abgestumpft, auch durch die Gesellschaft, durch Medien, die gar nicht mal offen sind, die gar nicht mal was aufsaugen können, sondern einfach in ihrem 0815 Scheiß weitermachen. Deswegen brich es in kleine Schritte herunter, ja. Das große Ganze, wie kommst du hin, Step by Step, auch aus dem Kraftsport wieder gesehen. Du willst mal die 100 Kilo drücken oder die 200 Kilo beugen. Du musst so und so viele Wiederholungen machen, so und so viele Sätze, so und so viel in der Progression, was dein Gewicht angeht, bis du mal dahin kommst. Es wäre ja vermessen zu sagen, du fängst jetzt an und hast den 100-Meter-Sprint in 9,4 Sekunden, hast einen neuen Weltrekord oder was. Ja, ich glaube, man muss auch einfach, wie gesagt, für jeden ist der Antrieb und das Ziel ein anderes. Und da muss man auch zu stehen und wenn man mit Menschen arbeitet, auch wirklich den ihr Antrieb oder das Warum finden und so blöd wie das klingt, bei manchen ist es manchmal eine ganz banale Sache. Also bei manchen kann es sein, hey, ich habe einen Antrieb, mehr Geld zu verdienen oder mehr zu machen, weil ich endlich mal eine Louis Vuitton-Tasche haben will. Also es kann bei manchen einfach der Antrieb sein. Der andere sagt, ich wollte schon immer mal einen Porsche haben. Bei dem ist dann der Antrieb zu sagen, also jetzt mal materiell gesehen. Ein anderer sagt vielleicht, hey, mein Antrieb, um mehr zu erreichen, ist einfach, weil ich möchte meinen Kindern ein besseres Leben verschaffen. Also ich möchte Geld haben, dass meine Kinder ein sorgenfreieres Leben führen, dass die vielleicht studieren können ohne Probleme. Keine Ahnung, dass die vielleicht einen Austausch nach Amerika machen können, was ja so viele gerne machen. Also dass die so Dinge tun können. Anderer sagt, mein Antrieb ist es, ich will autark leben, zum Beispiel. Also die sagen, hey, ich will von dieser ganzen Welt nichts mehr wissen. Ich will mir, keine Ahnung, irgendwo in Buxtehude eine Farm bauen, will aber natürlich dort gutes Internet haben. Das wollen ja dann trotzdem die meisten, aber trotzdem irgendwo autark sein, was so das ganze Thema Strom und so angeht. Manche sagen auch, ey, mein Ziel ist es, ich möchte einen Bus umbauen und möchte mit einem Camper durch die Welt fahren. Ich meine, Dommer hat eine Bekannte, eine Freundin, die gerade mit dem Motorrad eine Weltreise macht. Also es ist auch krass, ja, also wirklich mit dem Motorrad von Österreich ist die nach Thailand gerade, oder Amerika ist sie gerade, ich weiß es gar nicht. Also irgendwo in Südostasien ist er, glaube ich, gerade. Also ich meine, es gibt ja verschiedene Antriebe und verschiedene Warums, warum jemand was machen will. Aber egal, was dein Warum ist, du musst es finden. Und wenn dein Warum ist, weil du zum Beispiel einen Dyson, wie heißt das Ding? Der Airwrap. Der Airwrap dir kaufen willst, wenn das dein Antrieb ist, verdammt, dann ist es halt so. Dann steh dazu und mach was dafür. Darf ich diese illustre Liste ja weiterführen? Also bricht es in kleinen Schritten herunter, war Nummer drei, weil große Ziele können erstmal auch ertrückend wirken. Was du jetzt gerade eben gesagt hast, hier in Punkt Nummer vier, finde deine Motivationsquelle, identifiziere, was dich antreibt. Es könnte Leidenschaft, Neugierde, Erfolg oder etwas komplett anderes sein. Du hast ja auch gesagt, vielleicht für die Kids. Nutze diese Quelle, um deine Motivation zu steigern. Punkt Nummer fünf, umgebe dich mit positiven Einflüssen. Also, ihr seht, es ist ein sich schließender Kreis, ja. Es sind die Leute, es sind die, heutzutage auch die Vibes, ja, mit denen du dich ja auseinandersetzt oder auch umgibst. Verbringe Zeit mit Menschen, die dich unterstützen und inspirieren. Positiv Energie kann ansteckend sein. Was sind deine Two Cents dazu, dafür? Ja, also man kommt, wie du sagst, schließt sich der Kreis, man kommt immer wieder aufs selbe zurück. Aber vielleicht ist auch der größte, nicht vielleicht, der größte Feind bist immer du selber. Es ist so, ne? Also, der eine nennt es Teufelschen und Engelschen, was man auf der Schulter sitzen hat. Der nächste nennt es den inneren Schweinehund, ne? Also, es gibt ja viele Ansätze dafür, die einem hindern können, motiviert zu sein. Aber Fakt ist, wenn du mal raus aus der Komfortzone bist, wirklich dich deinen Ängsten gestellt hast und wirklich, sag ich mal, dem Engelschen zuhörst, dann ist es erstmal anstrengend. Aber nichtsdestotrotz, wenn du klar weißt, warum du es machst und für was, dann ist die Motivation einfach hoch, das zu tun. Bringt mich dann aber wiederum hier zum nächsten Punkt, den ich auch sehr, sehr gut finde und den man sich ab und zu mal wieder vor Augen führen sollte, falls mal was nicht klappt, ne? Bleib flexibel, sei bereit, deinen Ansatz anzupassen. Und da sollte man, ich kann es nicht sagen, alle Woche, jeden Monat, jedes Quartal, mal eine Revision machen, wie ist es gelaufen, muss ich was anpassen. Weil nicht, dass man sich hier in Sachen versteckt und etwas weitermacht, was eigentlich gar nicht funktioniert. Deswegen bleib flexibel, sei bereit, deinen Ansatz anzupassen, wird dir das nicht funktionieren. Flexibilität hilft dir, Rückschläge zu überwinden und motiviert zu bleiben. Ja, aber ich denke, da ist auch der Punkt ganz wichtig, was du am Anfang gesagt hast, Disziplin schlägt Motivation und das ist so. Weil du wirst nicht jeden Tag 180 Prozent Motivation verspüren. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Mensch gibt, der immer hoch motiviert ist. Also ich glaube, das ist kein Mensch. Aber du kannst diverse Tools nutzen, um einfach deine Motivation, beziehungsweise zumindest mal dein positives Mindset zu stärken. Und ein ganz wichtiges Tool für das Thema Disziplin sind einfach nur Routinen. Also lerne einfach dir Routinen im Alltag aufzubauen, egal in welche Richtung. Also wenn du neues Land betrittst, dann kreiere dir neue Routinen und verfestige die. Und man sagt wirklich, um sich neue Routinen zu schaffen, muss man die mindestens ein Jahr fast täglich machen. Also mindestens mal 90 Tage ist schon mal so die erste Hürde. Ich meine, die erste Hürde ist mal 30 Tage. Man sollte die 90 Tage mindestens anteilen, aber man sagt, erst nach einem Jahr hast du eine Routine wirklich im F etabliert. So wie der Dommer ja auch letztes Mal schon gesagt hat, wie Bruce Lee gesagt hat. Ich glaube, man muss 10.000 Wiederholungen machen, dass man es wirklich sagen kann, man kann etwas. Und so ist es einfach mit der Disziplin, indem man sich Routinen schafft, also indem man einfach sagt, ey, keine Ahnung, morgens mache ich meine Viertelstunde Yoga von mir aus. Und indem man das immer durchzieht, egal wie scheiße, sage ich mal, ja gut, egal wie scheiße einem geht, ist auch so eine Sache. Natürlich, wenn einem jetzt wirklich hundsmiserabel ist und man muss brechen und hat Magenramm, dann wird man wahrscheinlich netter stehen und morgens Yoga machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn man einfach sagt, ich ziehe das durch, ich mache das jeden Morgen und dann etabliert man irgendwann eine Routine und eine Routine macht alles einfacher. Also man ist es gewohnt, man kann jeden Schritt im FF und man macht es einfach systematisch, ohne mehr darüber nachzudenken, ohne mehr da einen großen Aufwand für zu betreiben, ohne mehr dafür irgendwie Ängste oder sonst was zu haben. Und das ist eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg. Kreiere dir Routinen, um einfach eine Disziplin zu haben, dran zu bleiben. Ja, ist so. Ja, aber auch hier, ich glaube, da siehst du dich auch in dem nächsten Punkt. Belohne dich selbst. Setze Belohnung für erreichte Meilensteine. Es kann so einfach sein wie eine Pause, ein Leckerbissen oder eine kleine Feier oder irgendwas von der Wunschliste bestellt. Oder, oder, oder. Das ist ja das, was dich auch wieder motiviert sein lässt oder am Ball bleiben lässt. Ja, wenn du da sagst, ey, jetzt habe ich diesen Meilenstein erreicht. Keine Ahnung, du hast ein Streaming-Setup, was du dir wünschst. Ja, dann baust du dir das zusammen. Du musst aber erst mal das und das verdienen und dir das und das erhusteln. Ja, auf Neideitsch. Aber so Stück für Stück brauchst du dir dann quasi deinen Traum-Streaming-Setup auf, ja, beispielsweise. Ja, aber das kann ja wirklich verschiedene Gründe. Es muss ja nicht immer sein, dass man sich mega belohnt. Ich meine, klar, wenn man jetzt beruflich an einem Ziel arbeitet, wo man einfach mehr Geld verdienen will, ne. Also bei unserem Job geht es ja schnell, zu sagen, ey, den Monat geben wir jetzt mal Gas, ne. Und wir verdienen ja das, was wir arbeiten, ne. Ich meine, klar, in einem random Job geht es nicht, da hat man sein Fixgehalt. Wenn man jetzt nicht von Provision lebt, ist es schwierig. Aber bei uns zum Beispiel geht es. Natürlich kann man dann sagen, hey, ich mache jetzt so und so viel Umsatz, dann kaufe ich mir das und das, weil es dann einfach möglich ist, ne. Also das ist klar. Aber man kann sich ja auch, das hat ja nicht immer nur was mit Geld zu tun. Und man kann ja auch wirklich sagen, keine Ahnung, ne. Also wenn ich jetzt das und das erreiche, dann gehe ich auf die und die Party oder treffe mich mit dem und dem oder gehe mal einen Kaffee trinken oder gönne mir mal, was weiß der Kuckuck, zum Beispiel die neue Dubai-Schokolade, die so gehypt wird auf TikTok. Ganz ehrlich, also wir haben ja auch jetzt TikTok seit einem Monat, ne. Ja. Ganz ehrlich, also für mich ist TikTok genauso... Genauso, vielleicht muss ich rauspiepen, ich sage mal, genauso unnötig wie LinkedIn. Ja, das sind zwei Plattformen, die sind schlimm. Meiner Meinung nach, meine Meinung zählt ja nicht immer, aber das ist das, was ich zum Ausdruck bringen will, ist einfach Schmutz. Ich finde es gar nicht so schlecht. Und was findest du bei Schokolade? Was macht die denn? Ist die mit Sahara-Staub oder was? Keine Ahnung. Was ist da los? Das ist eine Schokolade, die wird gemacht mit Künefe. Künefe, das ist, ich weiß gar nicht, wie man das erklärt, das sind so türkisch, also kriegt man im türkischen Laden, ich weiß gar nicht, ob es türkisch oder arabisch ist. Mit Käse oder nicht? Dieses Engelshaar, glaube ich auf Deutsch. Ach ja, das haben... Sind so Käse, ich weiß nicht, wie das heißt. Also man nimmt die und die muss man ja generell anbraten in der Pfanne, dann macht man Pistaziencreme dazu und dann nimmt man sich eine hochwertige... Oder man nimmt sich einfach Schokolade, schmelzt die, gießt die in eine Schokoladenform, macht dann als Füllung dieses Künefe-Pistazien-Gemisch und dann wieder mit Schokolade zu. Vielleicht machen wir das ja mal zusammen. Don't believe the hype. Sam. Ja, gut, willst du das auch nachmachen? Vielleicht. Nee, doch. Mal gucken. Also, flexibel bleiben, sich selber belohnen. Bleib fokussiert, Laserfokus, ne, auf Neidehalsch, vermeide Ablenken, halte dich an deine Prioritäten, ein klarer Fokus hilft dir, motiviert zu bleiben. Ist auch wieder so. Ich meine, diese Listen, die ich herausbringe, ne, sind Top-Listen. Nein, fertig, ne. Also, zum Beispiel, du setzt dir als Ziel, was weiß ich, du machst dir dann die Schokolade oder... Ich weiß ja nicht, was für eine Motivation ihr habt, welches Ziel ihr erreichen wollt. Wie gesagt, das kann ja sämtliches sein, ob es jetzt ein Fitnessziel ist oder ein Detox-Social-Media, machen ja auch ganz viele weißer Kuckuck was. Aber wann machen wir Social-Media-Detox? Also, da wir mit Social-Media-Geld verdienen, wahrscheinlich gar nicht. Ha! Ja, also, es kann ja total Verschiedenes sein, aber bau dir Zwischen-Steps ein, wo du dich mit verschiedenen Sachen belohnst. Zum Beispiel, ich habe das auch immer irgendwo auf meinem Vision-Board, so Dinge, die ich, wo ich gerne machen würde. Das können ja verschiedene Sachen sein. Ich hatte verschiedene Reiseziele in meinem Leben schon. Wir haben fast alle wirklich erfüllt. Ich glaube, es gibt nur noch zwei bei mir auf der Liste, die ich noch gerne erfüllen würde, aber das waren auch welche, die jetzt nicht so mega dringlich waren, muss ich sagen. Drei eigentlich. Oder zum Beispiel, für mich gibt es immer so verschiedene Ziele halt, so was würde ich so, keine Ahnung, auch erreichen. Also zum Beispiel, ein klassisches Ziel oder ein klassisches Thema auf meinem Vision-Board war immer jahrelang wirklich, wenn ich es schaffe, aufzuhören zu rauchen, dann belohne ich mich mit einer bestimmten Handtasche. Das war so mein Ziel. Und als ich es wirklich erreicht hatte, das war 2022, dann war das für mich halt mega, ja, da habe ich mir die Handtasche halt geleistet. Kostet halt drei Mark mehr. Aber das war für mich so ein Ziel, wo ich gesagt habe, das... Es gibt nur noch Euro und keine Mark. Ja, das mache ich halt dann, wenn ich das geschafft habe, ich hätte mir das auch locker vorher schon leisten können, aber das war für mich halt so gesetzt einfach. Das habe ich mir halt so gesagt, das mache ich dann. Genau so. Und diese Handtasche, die zwei Mark fünfzig mehr gekostet hat, die wurde noch nie getragen. Die ist immer noch in meinem Lederumschlagbeutel. Ja. Tief verstaut in den, in den, in den Annalen, in den Annalen, sage ich, also irgendwo tief verstaut, wo es keiner findet und auch kein Tageslicht dran kommt. Ich muss mal gucken, wie man Leder eigentlich zu pflegen hat. Aber dennoch, es ist da, man hat sich belohnt, Haken dran. Ja, schafft ihr Belohnungen. Genau. Ja, das kann ja auch sein, was weiß ich, wenn ich das und das mache, dann geh mal ins Kino oder so. Du und ich ins Kino waren, war das letzte Mal im Kino. Ja, wir nicht, aber ich meine, sowas mit Motivation ist ja auch super gut für Kinder. Ja, wir können auch den Harrison belohnen, wenn wir was Tolles gemacht haben. Ja, gut, klar. Da gibt es ja ein neues Spielzeug von Zippy Paws oder sowas. Ja, ob er das jetzt kapiert, aber ein Hund kapiert auch, wenn er was gemacht hat und bekommt ein Leckerlieb oder man spielt oder man lohnt. Instant Gratification. Dann merkt er schon, okay, das ist gut, was er gerade gemacht hat, aber ich finde das Thema Motivation. Warte mal ganz kurz, ich, warte mal, Thema Motivation mal kurz an die Seite. Ich muss einen Exkurs mit dir wagen. Was denn? Würdest, wir hatten gerade eben Social Media Detox, würdest du es schaffen, würde ich jetzt, keine Ahnung, du lässt nur Anrufe rein, ja? Wir haben jetzt, du kannst jetzt nur noch Anrufe oder SMS beantworten, WhatsApp, ne? Wo WhatsApp eigentlich auch schon zu Social Media gezählt wird, weil du ja auch bewerben kannst und deinen Status. Würdest du es schaffen, eine Woche komplett, keine Ahnung, Insta aus, Facebook aus, TikTok aus? Nein. Nein, nein, nicht, der Cashflow läuft. Mal angenommen, könntest du es schaffen, nicht auf die Notifications zu gucken und nicht reinzugucken, was ist im Status, bla bla bla. Ohne, also, wenn jetzt der Cashflow garantiert, also, ne, es bleibt oder ich übernehme deine Aufgabe, die du dir selbst steckst, ich mache ein Posting für dich. Würdest du es schaffen, eine Woche drauf zu verzichten? Nur eine Woche. Wir reden hier nicht von einem Detox-Monat. Also, wenn meine kompletten Postings, mein Live, alles, was ich, also, es ist ja schon viel, was ich auf allen Plattformen mache, wenn das jemand für mich übernehmen würde, dann würde ich das schaffen. Du? Ich denke schon, ja. Warum nicht? Also, ich meine, das ist vielleicht ja auch so ein Mango, ich bin ja nicht der, wo da mega drin surft und da mega, wobei, dafür müsste ich eigentlich auch mehr Zeit investieren, sondern ich arbeite ja meine Punkte ab und dann war es das. Wäre halt mal interessant zu wissen, ne? Ja, ich bin ja auch derjenige, also, ich bin ja auch dafür, wenn man... Man sieht doch, glaube ich, auch, wie oft man sein Handy heute aktiviert hat, ne? Ich glaube schon. Also, einfach nur anzumachen, ne? Ja. Warte mal, sehe ich das hier irgendwo? Erzähl mal weiter, ich versuche es gerade zu finden. Ja, also, ich bin ja auch dafür... 75 Mal habe ich es aktiviert. Wie sieht man das? Also, ich habe es hier auf dem linken Home-Bildschirm, ganz links. Ja, das ist rechts. Das andere links. Gehen wir ganz runter. Und dann siehst du quasi unten diesen Graphen, da kannst du drauf tippen. Ja. Und jetzt scrollst du ein bisschen runter. Und dann siehst du... 88. Aktivierungen. 94. Dann sagst du 94 Mal mindestens... Also, es langt dir schon das Hochswipen vom Handy, ne? Dass du es entsperrst, ne? Das ist schon eine Aktivierung. Ja. Das habe ich in Mail heute so oft aktiviert. Was für ein Mail? Bei E-Mails. Ah, wegen der Erinnerung von der... Klausur, oder was? Ja. Und ganz vorne mit dabei, sorry für diesen Exkurs, YouTube Studio. Ja, aber wo waren wir jetzt eigentlich? Ja, also, das Ding ist, ich bin auch dafür, wenn man sich live mit Menschen trifft, dass man das Handy mal beiseite legt. Also, klar, das geht nicht immer. Wie gesagt, in unserem Fall, wo man damit eben auch arbeitet, guckt man natürlich einmal mehr drauf und beantwortet gerade die Dinge, die mit der Arbeit zu tun haben, auf jeden Fall. Aber in der Regel versuche ich es schon, mich da dran zu halten, wenn man unter Leuten ist. Ja, also, es gibt ja immer auch dieses Bild, wo dann auch aus Social Media argumentiert wird, damals in den 50er oder 40er Jahren, wo die Leute am Bahnhof stehen oder an der Bushaltestelle, da lesen sie alle Zeitungen, man kennt dieses Bild aus New York oder wo auch immer, hier in einer random Bushaltestelle. Damals war die Distraction genauso wie heute, bloß am Mobiltelefon, aber ich würde schon tendenziell sagen, die Leute sind am Handy wie Zombies mittlerweile. Ja, aber ich, also ich finde, das Thema wird auch rüber bewertet. Ja, natürlich. Also, ich kenne eine Person bei uns in der Familie. Ja. Die siehst du nur am Mobiltelefon und weil es ja so bequem ist, nur noch mit dem Pencil am Handy, weil das ja besser zum Swipen ist. Ja. Da wird alles nur noch mit dem Pencil bedient. Ja. Die Person, die brauchst du nicht anzureden, die rufst du am besten an oder schickst du eine WhatsApp, du kannst gegenüber sitzen, ciao. Ja, gut. Aber ich sage mal so, das ist eine Person, also sonst kenne ich auch niemanden, der so ist. Und ich finde, ob ich jetzt am Bahnhof sitze und eine Zeitung lese oder mein Handy in der Hand habe oder in der Arztpraxis, ist doch völlig egal. Ja. Was ich unhöflich finde, ist, wenn ich mit Leuten weggehe und man trifft sich und wenn man dann nur am Handy hängt, finde ich es auch bescheuert. Genauso bescheuert finde ich es aber auch, dass wenn man dann mal aufs Handy guckt, dann gleich so, äh, lieber am Handy. Ja, mega echauffiert die Leute. Also mein Gott, soll doch jeder so machen, wie er will, ne? Also, keine Ahnung. Aber wir waren beim Thema Motivation. Ich weiß gar nicht, was tut es mit deinem Sohn. Ja, aber, ja, das war jetzt einfach nur mal interessant zu wissen. Pflege dich selbst. Achte auf deine körperliche und mentale Gesundheit. Ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung tragen zur Steigerung deiner Motivation bei. Also, ich kann es immer nur sagen. Egal wie, es ist, wenn wir in unseren Programmen sind, dann ist es einfach der Hammer, was man in diesen Tagen erledigt bekommt. Das stimmt. Und ich, und es, es kostet auch uns Überwindung, jeden Monat zu sagen, okay, wir ziehen es jetzt durch, ne? Also, es ist nicht so, dass es jetzt bei uns so super easy läuft. Aber ich kann euch wirklich sagen, dass es was bringt. Weil gefühlt in diesen Tagen schaffen wir mehr, wie den Rest des Monats. Also, nicht, dass es wirklich so ist. Aber man hat so den Eindruck, weil man einfach so viel Energie hat, dass man es kaum glaubt. Und oftmals ist ja der Irrglaube von den Leuten, dass sie sagen, ach nee, ich muss das machen, wenn ich Urlaub habe. Und ich muss das machen, wenn ich nicht so viel Stress habe, nicht so viel zu tun habe. Es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Weil, wenn du in so einem Programm bist, hast du einmal schon den Megastress weg, dass du groß Essen kochen musst oder dir groß Gedanken machen musst, was du kochst, weil es irgendwo schon vorgegeben ist. Und dein Körper, der hat ja so viel Energie, die Themen zu erledigen, die du dir vorgenommen hast, weil er einfach nicht zu 80 Prozent mit Verdauen beschäftigt ist. Und egal wie, egal was, es ist so, wir sind in einer schnelllebigen Zeit, man ist einfach immer verleidet dazu, mal schnell an die Tanke zu fahren, sich ein Brötchen reinzuschieben, schnell an Meckes, sich einen Burger reinzuschieben, schnell an den Kühlschrank, sich irgendwie eine Wurst reinzuschieben oder irgendwie irgendwas. Also, man schiebt immer mal schnell nebenbei was rein. Und ich rede jetzt so nicht mal davon, dass es dann Kalorien hat, sondern einfach diese Belastung für den Körper, dass man einfach dieser Insulinspiegel, der dann immer wieder in die Höhe schnallt, ja. Diese Trägheit, diese Müdheit, die entsteht, die hindert einfach daran, produktiv zu sein. Und ich muss sagen, zuerst mal, da stimme ich voll mit ein, ne. Dein Körper ist nicht so mit dem Thema Verdauung, ne, mit dem Thema Verwertung beschäftigt, ne. Thema Müdigkeit und vor allem Kinders. Thema Hausarbeit in dieser Zeit. Thema Küche. explizit. Ja. Du hast einfach nichts mehr. Klar, du hast das Salädchen, was du zubereitest, aber du musst nicht Ewigkeiten einkaufen, Ewigkeiten Stunden, äh, Einkaufszettel schreiben und was weiß ich nicht. Aber du hast, man muss ja erstmal sagen, ich bin in dem Alter, wo ich sagen kann, wenn ich keine Arbeit in der Küche habe, bin ich froh. Gut, aber man muss dazu sagen, dass wir, glaube ich. Guck mal heute, was du heute gekocht hast. Ja, aber wir gehören, glaube ich, zu der wenigen Spezie unseres Alters, die sich, lass mich aber ausreden, die sich überhaupt in die Küche stellt und so kocht, wie wir kochen. Ich glaube nicht, dass es viele Leute machen. Ohne die Evidenz jetzt zu haben, ne. Ja, also gut 90 Prozent ist übertrieben. Wir haben natürlich auch einige, die Kinder haben und die dann vielleicht hoffentlich gesund kochen. Aber ich würde behaupten, dass in unserer Generation bestimmt 60 Prozent nicht selber kochen, sondern wirklich eher mal schnell das Fertiggericht in den Ofen schieben oder in den Topf hängen. Ganz ehrlich, da habe ich mich immer gewundert. Oder einfach auch mal so was Schnelles kochen. Bei dem Einzelhandel. Ich habe mich immer gewundert, wer sich diese Mikrowellen-Fertiggerichte holen. Ja, oder die Manni-Tütchen. Gesehen davon, aber diese Paella und diesen Nasi Goreng, den es in der TK-Packung gibt, im Tiefkühlregal, wer gönnt sich sowas auf Standardbasis? Viele. Oder auch die Fertigschnitzel. Klar, ist es convenient, das zu kaufen. Ja, kannst auftauen, in die Pfanne hauen. Aber bitte, du hast so viele E-Nummern. Sonst eskaliert das jetzt wieder. Aber da sage ich aber auch wieder, sei ein bisschen motivierter, dein eigenes Kram zu machen. Motivierter, dein eigenes Essen zu machen. Ich sage mal so, ich bin das halt von zu Hause gewohnt. Dass man sich frisch Essen kocht, egal ob jetzt meine Oma, meine Mutter, Tante, also alles, was Familie angeht. Das war bei uns gang und gäbe. Dass man einfach sich selber kocht und so wenig wie möglich Fertiggerichte macht. Also es gab es einfach bei uns nicht. Aber ich sage mal so, ich kann natürlich auch verstehen, dass jemand keinen Bock mehr hat, sich abends hinzustellen, noch groß zu kochen. Viele sagen dann, ach nee, ich habe den ganzen Tag geschafft, ich habe dann keine Lust mehr. Ist für mich jetzt nicht so richtig ein Argument, weil ich habe, also wir arbeiten auch bis manchmal nachts. Und ich sage mal so, in meinem alten Job. Spät in die Nacht. Da habe ich auch zum Teil zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden gearbeitet. Kam erst abends um 20, 21 Uhr heim und habe mir trotzdem die Zeit genommen zu kochen. Weil es für mich einfach ein Punkt war, der mir wichtig war, dass ich was Vernünftiges esse. Gut, man muss dazu sagen, ich tendiere eh schon immer zum Übergewicht und muss sowieso schon immer darauf achten, was ich esse. Aber es geht nicht nur um das Thema Gewicht. Ich finde sogar so, je älter man wird, da ist es gar nicht mehr so das Gewicht, um was es geht, sondern wirklich eher so das Thema Gesundheit. Ja, weil es einfach Müll ist, was man sich zufügt. Und ich meine, der Müll hat ja nicht nur was damit zu tun, dass man zunimmt, sondern man kriegt schlechte Haut, man kriegt schlechte Haare. Schlechte Verdauung. Man hat schlechten Schlaf, man hat schlechte Laune. Schlechte Verdauung, genau. Alles schlecht. Im Alter kriegt man schon das ein oder andere Zipperlein mehr, muss man schon so sagen. Machen wir jetzt ja demnächst, läuten wir dann schon den Senioren-Podcast hier ein. Nein, aber ich meine, wie gesagt, ich würde sagen, das Thema Kochen ist bei uns groß geschrieben. Und ja, ich muss zugeben, bei uns nimmt es am Tag mindestens ein bis zwei Stunden in Kauf, je nachdem, was wir kochen. Mittlerweile vom Umfang schon zwei Stunden, ne? Ja, also ich meine, wenn man noch rechnet, ich meine, klar, also heute Morgen, ja, war ich noch einkaufen und alles, ne? Also bis man das dann noch gemacht hat, bis man dann alles vorbereitet hat, das Geschirr dann wieder weg, ne? Ich meine, wir teilen uns das auf. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja die Arbeit, die zu machen ist, ich meine, klar, bei uns ist jetzt der Opa, deswegen ist es zum Teil noch ein bisschen aufwendiger. Weil ich sage mal so, Dommer und ich würden uns auch mal schnell einfach einen Tomatenschafskäsensalat machen und ein paar Hähnchen, Spieße grillen zum Beispiel, ne? Ist natürlich in der Form nicht, also es ist schon möglich, aber wir kochen natürlich was, was mein Opa gern isst. Heute gab es halt Spargel, das ist natürlich dann nochmal aufwendiger, ne? Aber ja, es ist für uns ja auch eine Prio. Deswegen, deswegen pflege dich selbst. Ja. Punkt Nummer 10. Überwinde Ängste und Zweifel, identifiziere Hindernisse, die deine Motivation beeinträchtigen könnten und entwickle Strategien, um sie zu überwinden. Selbstbewusstsein und Selbstakzeptanz sind dabei wichtige Faktoren. Ja, man muss einfach sehen, dass Ängste nur in unserem Kopf existieren. Ist so. Und es ist manchmal schwer zu sagen. Aber, 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 warum hast du Angst vor Spinnen? Oh Gott. Ja. Das ist echt so ein... Aber wenn du so eine riesen Tarantula, Alter, würde ich auch sagen, so. Mir wird gleich schlecht, ich will da nicht Gänsehaut und ich träume heute Nacht wieder davon. Okay, sorry. Ja, das ist, also das weiß ich auch nicht. Das ist so ein Thema für sich, aber ansonsten, Ängste entstehen durch Erfahrungen, die wir machen. Aber Fakt ist, dass wir vor nichts Angst haben müssen, weil Ängste, wie gesagt, nur in unserem Kopf bestehen. Dort fangen sie an. Und wenn wir diesen Ängsten nicht die Macht geben, sich über, also die Macht über uns zu bekommen, und die Ängste, den Ängsten in die Augen schauen, dann sieht man erst mal, zu was man in der Lage ist. Und das ist schwierig, ja. Also ich meine, jeder Mensch hat irgendwo Ängste. Aber, ähm, das muss man sich irgendwie immer vorsagen. Ja. Du hast eine Spin, ich habe meine Höhenangst. Stimmt. Also Skywalk, die Jokero... Ja, ob man die Ängste jetzt immer überwinden kann, weiß ich nicht. Aber ich meine, es gibt ja so Sachen wie Ängste, Angst vorm Scheitern, Angst vor Existenzängste. Also eigentlich braucht man wirklich in Deutschland keine Existenzängste zu haben, weil wir haben so ein großes Sozialnetz, was uns aufhängt. Also es wird ja nicht so was passieren, dass man kein Dach mehr über dem Kopf hat und nichts mehr zum Essen hat, ne. Klar, wir sind aber an anderen Standard gewohnt, was ja auch gut ist. Also kommen ja auch so Themen mit dazu, ne. Angst, den Job zu verlieren. Angst, ähm, keine Ahnung. Den Status vielleicht auch für die einen oder anderen. Genau, Angst, nicht akzeptiert zu werden, Angst, abgelehnt zu werden, Angst vorm Nein, Angst vor, keine Ahnung, dick zu sein, Angst, dünn zu sein, Angst, krank zu werden. Ne, also es gibt ja, wie doch mal wieder sagen würde, mannigfaltig viele Ängste. Alles sehr individuell und oftmals irrational. Ja, und denen sollte man sich stellen, wenn man es alleine nicht schafft, dann sollte man sich auch wirklich Hilfe suchen, weil Ängste können nicht nur demotivieren und dafür sorgen, dass man eben nicht mehr motiviert ist, sondern Ängste können auch wirklich krank machen. Jetzt ist mal ein richtig blödes Beispiel, aber das war erst vor zweieinhalb Stunden der Fall. Ich habe ja nicht gelernt für die Klausuren. Die Jenny hat ja gesagt, ey komm, weil ich kann die Klausur dann auch nicht absagen. Das muss mindestens 24 Stunden vorher passieren, aber war ja de facto so, ne. Ob wir es mir jetzt glauben oder nicht, hat er Angst zu versagen, obwohl ich gar nicht gelernt habe. Also es hätte ja, also, ne, wie auch immer ausgehen können. Also da habe ich auch so gedacht, ey, warum bin ich jetzt gerade aufgeregt? Ne, also lauter so irrationales Zeug. Ja, hat man halt. Ja, hat man halt, aber so ist halt eben der Geist, der Körper, der Mensch gestrickt. Crazy, crazy situations. Darf erstmal nochmal einen Schluck hier vom Espressi? Man muss es einfach machen, Übung macht den Meister und vor allem nehmt euch die Angst vor Fehlern, weil Fehler sind da, dass man sie macht. Da habe ich neulich ein lustiges Meme gesehen. Das Meme muss ich im Hebe schicken. Sobald du den ersten Schluck Espresso trinkst, fühlst du dich wie ein Italiener. Oder wie ein Kroate. Oder wie ein Kroate mit seinem Mali Macchiato am Strand. Oder im Café. Aber ich würde mal sagen, Thema Motivation können wir an der Stelle mal abhaken und an irgendeinem anderen Zeitpunkt mal wieder hochholen, weil ich denke mal, Thema Motivation, Disziplin ist immer sowas, wo man darüber sprechen kann, wo sich auch vielleicht was persönlich verändert. Also ich finde, so unsere Gold Nuggets darin waren einfach das Thema. Ich habe meine Top-Tipps und du hast deine Gold Nuggets, geil. Disziplin schlägt Motivation, also schafft euch Routinen und Motivation kommt definitiv von innen. Also ihr müsst euch selbst motivieren und nicht erwarten, dass andere euch motivieren. Und für alle Dudes da draußen und Dudinas, guckt euch David Goggins an, wenn ihr eine Person aus dem öffentlichen Leben braucht. Ja, also was ich wirklich auch noch so als Tipp rausgeben kann, legt euch eine Liste, eine Motivationsliste an. Dann schreibt euch einfach mal drauf und das ist wirklich ein gutes Tool, diese Liste dann rauszuholen, wenn ihr gerade mal wirklich total demotiviert seid oder schlecht gelaunt seid, Ängste habt oder sonst was. Geht einfach hin, holt euch die Liste raus und schreibt euch wirklich mal auf Motivationssongs. Ihr werdet bestimmt Lieder haben, die euch viel bedeuten, die euch motivieren, wo ihr so richtig die Power spürt. Manchmal erinnert man sich einfach nicht dran. Dann macht man einfach mal im Auto oder im Büro oder im Bad dieses Lied schon mal, die Lieder schon mal an. Macht euch am besten eine Playlist. Dann ist es schon mal abgehakt. Dann auf jeden Fall Motivationspodcast. Speichert gerne hier auch unseren Podcast runter ab. Motivationsfilme. Anstatt abends dann irgendwie random Netflix einzuschalten. Dann guckt euch wirklich so einen Film am Abend, der euch wirklich total motiviert oder eine Serie, die euch total motiviert. Dann auch Motivationsbücher. Nehmt euch einfach Bücher, wo euch motivieren. Legt euch die an die Seite, nebers Bett am besten. Da immer ein paar Seiten draus lesen. Es gibt ja auch da in den Büchern immer wieder solche Gold Nuggets, die man hat. Vielleicht habt ihr Motivationsbilder. Zum Beispiel ein Bild von eurem Ziel. Also was ist das Warum? Warum ihr motiviert bleiben möchtet. Sei es jetzt der Porsche, die Handtasche oder der Urlaub oder die Kinder. Nehmt euch die Bilder vor, beziehungsweise noch besser, wenn ihr ein Vision Board habt, guckt euch euer Vision Board an. Oder wenn ihr so einen Sparing Partner habt. Manche suchen sich ja auch so einen Sparing Partner, um motiviert zu bleiben, um gegenseitig sich zu motivieren, Ziele zu erreichen. Ruft den Sparing Partner an, sagt, ey, ich habe heute einen Scheißtag und unterhaltet euch mit dem. Dass da wieder eine Motivation kommt. Und ja, vielleicht hilft aber auch manchmal auch einfach, wenn man so, ich bin immer jemand, der so strikt in seinen Dingen ist, manchmal hilft aber auch einfach mal rauszugehen und die Natur einfach mal tief durchzuatmen, einfach mal wirklich die Luft zu spüren, den Frühling zu riechen, die Natur wahrzunehmen, einfach mal jetzt im Frühling die schönen Blüten anzuschauen, die Vögel, das Zwitschern mal bewusst wahrzunehmen, dass hier Vögel zwitschern, den Bachplätschern zu hören, die Blumen zu riechen. Immer, wenn ich die letzte Runde mit dem Harrison laufe da draußen, in unserer Hood, ich schwöre, du hörst komplett Asselheim, die ganzen Vögel, Quinquilieren, Zwitschern, alles Mögliche. Es ist brutal, was nachts die Vögel abgehen, das habe ich noch nie erlebt. Stimmt. So viel das. Also ja, so das Ganze mal wieder wahrzunehmen, mal den Himmel zu gucken, mal die Wolken zu beobachten, vielleicht einen Regenbogen zu sehen, die Sonne zu sehen, die Sonnenstrahlen auf der Haut, dieses Vitamin D wirklich zu spüren auf der Haut, also geht mal raus und nehmt das mal einfach so richtig wahr, das kann auch mal wieder motivieren oder geht einfach mal auch in euer Lieblingskaffee, gönnt euch eine halbe Stunde, Stunde Auszeit, trinkt einen Espresso, wie Thomas sagt, oder esst ein Eis und dann hat man vielleicht auch schon wieder Motivation voll durchzustarten, aber macht euch so eine Liste, das kann echt hilfreich sein. Vielen Dank für die abschließenden Worte hier. Glaubt in euch, Fokus, Motivation, Disziplin und ihr werdet alles erreichen und jeder Wandel, jede Veränderung braucht Zeit, auch hier keinen Druck machen, aber auch nicht auf neu erwarten, wir haben jeden Tag die Möglichkeit, neu zu starten und ja, bleibt es mir gesund, bleibt uns stabil, bis zum nächsten Thema, was wir hier dann mitbringen. Es bleibt nur zu sagen, schönes Wochenende an dieser Stelle noch oder je nachdem, wann ihr das hier alles euch anhört oder seht, wie auch immer auf YouTube, auf Spotify und Co. Bis dahin. Heyho, let's go. Ciao.